BAM BOOM BAM Jetzt geht es bei dir los. Läuft es bei dir? Ja. Okay, perfekt. Und so much now is either brand new or enhanced in this class. And a lot of this development that we did in the class, members of the D&D community were with us on the journey through the Unearthed Arcana process. But the final version has even elements that people didn't get to see as a part of the UA process. And the new starts right at first level in this class. So you now have, as a druid, a brand new feature to select at first level primal order. And inside primal order, you get to make a choice. And that is whether you're going to be what's called a warden, emphasizing sort of having more armor and being able to use martial weapons, or are you going to pick magician to lean more in the nature magician direction? This choice point really gets at the fact that the druid, going all the way back to its origins and first edition, has always had a bit of a split identity. There has been this sort of melee weapon-using path as well as a full spellcasting path. And so what we've decided to do, and we did a similar thing in the new version of the cleric, we've made it so that we forefront that choice and you get to decide as a player of the druid which side you want to lean more on. And so if you pick warden, you're going to get proficiency with martial weapons as well as with medium armor. Whereas if you pick magician, you're going to get an extra cantrip. And you also gain a benefit when making intelligence arcana or nature checks. And this benefit is getting to add your wisdom modifier to those checks. So in a way, you're getting to use two ability scores when you make those checks. Oh, wow, okay. So they stack. They stack. So like if you're a magician druid and you make an intelligence nature check, you're adding both your intelligence modifier and your wisdom modifier. Oh, that's amazing. I love that. And that's really focusing in on the fact that this is a druid who is all about not only nature magic, but knowledge about the natural world and about magic itself. At first level, we've also enhanced the... Von nature auf jeden Fall. Und du hast ja nicht beide Werte, hast du nicht übers Hoch, dass das dir so krass wird, wenn man die beiden zusammenlegt. Du kannst halt beides, glaube ich, was halt jetzt immer möglich ist, beides plus... Wobei, nee, nicht beides plus drei, aber eins davon kann plus drei und das andere plus zwei. Also du kriegst halt insgesamt plus fünf da drauf. Was halt deutlich besser ist. Also, äh, der sie das gut hat, ja. Also, das ist halt... Ich finde es halt schon gut, dass ein druide sowieso einen guten Deck machen kann auf nature. Ja. Zum Beispiel. Hände ich jetzt auch gesagt, ja. Ja, was ist das mit dem Warden? Also, war... Waren druide wirklich auch ein Mini so spielen? So... Ey, du hast hier das... Was ja, äh, druide hat... Äh, wo ich mal mit meinen... Larry Gart benutze... Ähm... Wie heißt das, wo die Waffe verstärkt wird? Hm? Achso, ja, ähm... Hier, äh... Mit SH... Schalala... 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 Wenn der Bafft halt schon deine Waffe hat... Und allgemein hast du genug Spells, wo du das verstärken kannst. wirklich mini eigentlich nicht wirklich okay, aber jetzt kannst du halt gehen das ist halt immer weird, finde ich mini Sachen zu geben wenn du ja noch mit Wild Shape überhaupt noch eine Option hast, etc ja gut, das ist ja auch mit Carsten ein Problem, ne, also Wild Shape an sich ist halt schon weird ist sowieso, ja, ist sowieso schwierig The druidic feature this feature used to teach you the secret language of druids which is called druidic but this now also gives you speak with animals because we wanted to right there at first level we wanted druids to have an easier path to doing this very iconic thing for druids which is conversing with critters and in the art for this class you see a druid they're happily surrounded by all of his animal friends now the spellcasting feature is also still at first level at four druids and the druid's spelllist all of our spellcasting classes has been reviewed expanded and this list benefits from the additional spells that are in this player's handbook now at second level the new keeps coming because we have majorly improved wild shape which is such an iconic feature for druids this ability to harness primal magic to adopt a beast form so right off the bat the major enhancement here is all druids can now wild shape as a bonus action right this used to be a feature that belonged to the circle of the moon also heißt das ist wirklich das ist krass du kannst was machen wenn du wild shape in einem fight oder du musst eine Runde warten ja okay das ist heftig das ist heftig das ist schon sehr big das ist schon wirklich sehr sehr big ich bin gespannt was dann noch dazu kommt subclass and we wanted to make it easier for all druids regardless of subclass to transform into a beast should they decide to use their wild shape in that way that's amazing and this leads in how I phrased it into the other new thing at level 2 which is the wild companion feature because we also wanted to give people other things to use their wild shape on wild shape of course is fun to use to turn into animals but sometimes a druid player doesn't want their druid to be turning into animals and so we wanted to give you other things you could use your wild shape for and wild companion right away gives you that and that allows you to use one of your uses of wild shape to cast the fine familiar spell because we wanted to make it easier for druids to have a a critter friend with them this is a feature that we introduced in Tasha's cauldron of everything but it is now migrated into the core so that now all druids have this option perfect this is the option now there are other in the that is the option yeah where I think there must be the families a little because they are not so heavy that I would say they can for you or with you fight because actually families can they can not fight no that but that was the only thing that I could make that they can for me cast from a range yeah they can a spell for you so a touch spell they can a touch spell übertragen and I believe you can I think I think I can I think I can I think yeah so where they sit I can use as if I there so nach dem Motto here gucken fine familiar ah ne es ist nur okay es ist nur hier spells with touch range touch okay es sind nur touch spells die der deliver kann und der familie muss dafür seine reaction benutzen ja ja gut aber ist ja egal das ist auch wieder ja ich glaube oder wobei vielleicht kann er auch angreifen ich bin jetzt gar nicht sicher bestimmt aber ich glaube das sind keine zahlen poisonous snake poisonous snake die kannst du ja machen und diese poisonous snake hat ne plus fünfte hit aber wie hittet die mit nem bite die hat halt nur zwei hit points das ist halt so die family jetzt haben halt quasi keine hit points die sind halt direkt weg im normalfall die hat aber eine ac von 13 hat aber vielleicht ein indikator ist dass die gar nicht erst in so eine mensch reinkommt du wirfst den einfach damit ab ich spanne direkt auf den Kopf auf den Gegner so easy in enhancements inside wild shape in addition to it now being a bonus action for all druids we have also now made it so that druids can continue to speak while they are in a wild shape yeah because we've really embraced the fact that when a druid adopts a wild shape they're not literally an animal they are this very magical person this druid who is simply appearing in an animal form and so we wanted you to really be able to retain your character a bit more while you're in one of these animal shapes so you can still participate in social encounters even if you're there as a cat we didn't want druids to feel like that when they shape shift they're now suddenly excluding themselves from certain types of encounters as we go up in the levels with the druid you're going to keep seeing new features because we didn't just add in that choice point I mentioned before in primal order at first level you also then get carry on options later on so when you get up to level seven there is the elemental fury feature where you again get to decide do you want to lean more in the direction of spell casting or in the direction of weapon use now one of the fun things that we did here is this later choice is not determined by your choice at first level you can actually mix and match so even if you decided to go more the spell casting route at first level you could instead go the primal strike direction at level seven or you could keep going in the spell casting direction with potent spell casting then at level 50 wobei ich da sagen muss das sind immer so ein bisschen da muss man vorsichtig sein also wenn es wirklich wenn es jetzt ein Power ist ist okay aber wenn du halt quasi das eine wählst und dann das andere aber das harmoniert nicht miteinander dann kannst das auch gleich lassen also hört sich mehr so an du kannst nicht machen es lohnt sich aber nicht so genau also er am Anfang sagen ich will spellcaster werden und dann zu sagen ich will nur so ein bisschen midi sein das hebe sich so ein bisschen auf dann beides nicht so gut ist im späteren verlauf hätte ich jetzt auch behauptet es sei denn es sind halt wirklich zwei verschiedene ganz verschiedene sachen also dass du sagst keine ahnung dass das eine nicht wirklich auf dem anderen aufbaut aber dann wäre das halt auch wieder ein bisschen doof weil ja dann wird sich ja nicht wirklich stärker machen genau ich will pur mage sein da will ich auch jedes maur belohnt werden wenn ich auf mage weg genau muss man gucken was man bekommt aber hört sich eigentlich an das sollte machen ich denke ich auch Elemental Fury und das Improves whichever one of die options you chose für Elemental Fury at level 7 now before both of those there ist another new feature in the form of Wild Resurgence which allows you now some flexibility in terms of how you use your spell slots and your wild shape uses where specifically you can give yourself a wild shape use by expanding a spell slot so if you ever played a druid in the situation where I'd really love to shape shift again but I'm out of wild shape uses but I have all these weil ich moon night yeah when you bonus action shape shiften kannst circle of the moon the whole 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 challenge rating can do as the other yeah 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 circle of moon kommt auf 2 and there will you auch viel öfter spell chaten weil du ganz andere optionen zur Verfügung hast stimmt du kannst ja stimmt da sehe ich gerade also du kriegst ja mit ab level 6 ist quasi immer durch 3 also das heißt ab level 6 hast du ein 2er challenge rating dann ab level 9 hättest du ein 3er challenge rating ab 12 ein 4er challenge rating okay und du kannst halt als eine bonus action dich verwandeln und du machst 1 d8 mehr damage wenn das eine bonus action kommt der äh stimmt ja der kann auch als eine bonus action in space lot expanden ja das wäre ja sowieso bei dem klar aber das ist der einzige circle der wirklich wild aggresiv auch immer benutzen konnte ja weil das immer gut war weil die anderen war nur 1er hart beschränkt ja das stimmt aber selbst dort macht es vielleicht dann sogar sinn wenn du das jetzt als bonus action machen kannst dass du sagen kannst okay ich brauche jetzt halt einen white shape verbraucht und ich brauche jetzt einen white shape also also nehme ich einfach einen space lot und shape allein das zu haben ist ja schon gut ich meine muss ja benutzen aber allein die möglichkeit zu haben genau ich hätte mich in dem ganzen gefeiht 100 mal mehr white geschehen glaube ich glaube ich sofort glaube ich sofort das auf jeden fall ob man das benutzt oder nicht auf jeden fall gemacht ja das fängt schon mal gut an spell slot sitting around will now you have the option of converting an unexpended spell slot into a wild shape use but it also once per day can go in the other direction where you can expend a use of your wild shape to give yourself a level one spell slot now the farming spell slots for wild shape uses you can just keep doing that until you've run out of spell slots but the other direction of taking a wild shape use and turning it into a spell slot that you can do just once and then need to complete a long rest before you do it again this is very juicy with elemental fury because as you said you're adding your wisdom modifier to a druid cantrip damage or you're choosing to get extra damage when you're using primal strike in a melee form and that continues into improved elemental fury where your range of your cantrip significantly increases by 300 feet what making a really nasty spell sniper and then also primal what also wenn du also what the fucking hell also es gibt drei stufen von diesem mage oder melee und die dritte stufe vom mage ist dass deine cantrips einfach 300 feet range haben what the fucking hell mir fällt kein 1 für nachher wo man wirklich 300 feet braucht aber what the fuck du kannst halt wirklich snipen okay eine eine situation denk an die critical world kampagne denk als ihr in der wüste wart ja 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 ich werde wundern wo die dieses mammut ähnlichen wieder angegriffen wurden genau das ja das würde ich sagen kommt halt nicht so vor ich sag einfach so wenn man den melee geht die option würde ich ja dann noch verstehen die letzte um zu sagen ich hab jetzt noch ne übelst gute range dinge halt auch wenn ich will okay ja 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 das stimmt auch wieder aber jetzt kommt auch jetzt würde er glaube ich direkt sagen was war der melee weil ich gehe ein bisschen zurück machen ein sehr nasty spell sniper und dann also primal strikes die damage und up so du warst der fight als druid und es wird besser und besser und die choice multiple times by the way one reason in improved elemental fury we increased the range so much there if you choose potent spell casting for your druid cantrips is at level 18 you're going to get beast spells which allows you to cast your spells even when you're in a wild shape form and we what what wanted you to be able to easily use your cantrips once you get that range while you're like flying around yeah it's like a giant eagle you just like that's perfect now at level 20 the fucking head 18 is zwar is zwar sehr hoch aber holy shit lustig dass du einfach mit level 18 und dass die base class dass die base das das base das also einfach so fucking eagle verwandeln da so rumfliegen und die ganze Zeit cantrips casten alter so ein wellensitt die so ganz harmlos wird lalalala bah ich weiß gar ja hat er gesagt dass du nur cantrips ja du kannst nur cantrips casten wäre lustig wenn du spells casten kannst du kriegst ja level 9 so einfach so ja gut wahrscheinlich meteor kriegt ein droide nicht aber einfach so ein kleiner will zieht dich und dann bing boom aber what the hell aber nice okay das ist halt wirklich auch eine Neuerung dass das möglich ist 2 ist mit level 18 aber das ist heftig das bufft den schon ziemlich krass eigentlich oder du kannst halt fliegen und dabei spells casten und ja kommt halt auf die cantrip an weil du hast doch 300 feet range ja wenn du das gehst aber ja aber das ist ja ja aber ich glaube das ist also wenn ich das jetzt richtig verstanden hab ist das noch ist das quasi das vierte upgrade von dem magic ding also gut die 300 feet kriegst du schon vorher die kriegst du schon mit 14 oder so also das 300 feet ding mit den catrips fast fast bite und so und shit kannst dann von damage her ja das macht wahrscheinlich trotzdem nicht so viel damage ich glaube der beste damage spell als cantrip da kommt natürlich ist mal ein bisschen an agri von den gegnern her aber egal ist glaube ich poison spray okay most damage glaube ich ist dann aber auch ist das to hit oder ist das ist das ist ein safety sie oder ja 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 okay ja gut okay mal gucken was noch so kommt die arch druid feature has been majorly enhanced first you know whenever you roll initiative if you have no uses of wild shape left you get a use back but before I was talking about the that conversion of wild shape uses into spell slots and how before you could do it just once per day well now arch druid has the nature magician component where you get an even better version of that on top of us keeping the old fantasy of the druidic longevity of once you've reached the point of where you're an arch druid you you you're aging you know basically slows to a crawl and you know you're almost sort of you're like a treant where you're gonna you're gonna hang you can hang around in the woods for many 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 decades it's always such a nice narrative hook especially for the end of a campaign if you're playing a druid and you get to 20th level because you're the character that might see you know in like the post story right you know the epilogue you're the character that might see everyone grow and pass and in critical role richtig krass die hatten ja in ersten season einen druiden mit dabei und der druide ist halt so also der altert halt nicht wirklich und der ist halt jetzt in also sein körper altert nicht aber so normalen jahren gehen weiter das kann sein warte ich kann mal ich glaube sein körper konnte nicht altern aber der wird trotzdem am alter sterben das muss ja auch ein save das muss ja auch 18 also 17 18 20 ich wollte gerade sagen das muss auch wahrscheinlich 20 gewesen sein kann sie eigentlich auch selber gucken ach wenn beim guten kräg dann nicht viel bringt ah hier timeless body at level 15 your key sustains you so that you suffer none of the frailty of old age and you can be aged can be aged magically you can still die of old age however in addition you no longer need food or water genau also timeless ab level 15 hast du ein timeless body das heißt du alterst nimmer deswegen hast du dir so einen vogel gemacht wenn der level 15 erreicht altert der ja einfach nimmer aber der wird halt trotzdem 26 das wird der erste druide der sich magisch die ganze Zeit immer wieder auffrischen der erste monk der sich magisch immer wieder auffrischen lässt betrinkt einfach das blow seiner feinde in seiner schnabeltasse mit dem Strohhem mit dem Strohhem herrlich sehr schön sehr schön oh und grow up and you can kind of be the narrative hook for what happens after the story is over and so what all of these all of these new elements bring to the druid is you have way more control now as a druid player to chart your course whether again you want to focus more on spell casting on weapon use or a combination of the two it's up for you to decide and you also get to weave into that how you want to use your wild shape are you going to have a wild companion you have more options as a druid than ever before and you also have a new cantrip starry wisp yes the druid like all of our spell casting classes gets to enjoy some brand new spells and in the druid's case that there's not only starry wisp but also the new elementalism cantrip which allows the druid and others who have it to shape elements in various ways and starry wisp going back to it is a really nice ranged cantrip for druids let's talk about the circle of the moon so the circle of the moon okay also two new cantrips for the druids ja das eine war das glaube ich kein angriff spell genau das ist so quasi du gibst anderen die ability für elemente zu shapen also wahrscheinlich irgendwie wasser feuer oder was weiß ich was muss gucken und dann wahrscheinlich irgendwie so eine peitsche mäßig starry wisp oder so irgendwie keine ahnung ranged attack aber an sich hört sich die base class auf jeden fall schon mal cool an und auf sehr viel wieder diese option weg gemacht von wild shape ich find okay also ich find es gut dass man von dem space lots of wild shape machen kann aber umgekehrt hört sich echt weg an du kannst nur ein erst level spell freisch halten ja aber gerade in so klatsch moments wie wenn sehr viele down zum beispiel einfach nur Q wounds casten möchtest wenn alle down sind dann siehst du falsch mach schon wild shape und fliegst weg aber ganz schnell du bist eine neue Party der Druide der andere im Stich lässt ja hallo ich sehe es schon jawoll so sieht das also aus aha doch sowieso wenn man selber unsterblich wird früher passiert oder später easy easy the selfish do it jawoll auch ne gute klasse hm willkommen Party nummer acht ich nenn euch nur noch bei nummern 1 2 3 4 sterben tun sei gleich ich kann mir so viele Namen nicht behalten das ist schon geil und so fach ist aber geil wirklich so nach aufnahme verteilen nochmal hier ich danke euch allen fürs zuschauen und wer es noch nicht wusste aber dort unten ist so ein so dort unten irgendwo da ist so ein like button den könnt ihr mal smashen und vielleicht noch einen Kommentar hinterlassen und wenn ihr das getan habt lasst ihr vielleicht sogar noch ein Abo da und ich freue mich drüber Dank schön Hü Hü Hü